Sie wollen einen Seiltrick vorführen und haben gar keine Seile? Ja, dann können Sie auch keinen Seiltrick vorführen. Bis jetzt, denn jetzt gibt es SOS, der Seiltrick ohne Seile. Sie erhalten hochwertig gedruckte Karten, die im Plus-Up-Bereich und auf der Bühne vorgeführt werden können und eine Routine ohne die geringste Fingerfertigkeit. Mein Name ist Michael Küppers und das ist SOS. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, wie ist das möglich, einen Effekt mit Seilen zu zeigen, wenn man gar keine Seile hat? Aber diese schön gedruckten Karten zeigen, dass es doch geht, denn wir haben hier den bekannten Kurz-Mittel-Lang-Effekt. Um es genauer zu sagen, haben Sie drei Karten, die zusammengesetzt drei Seile ergeben, ein kurzes Seil, ein mittleres Seil und ein langes Seil. Und die Aufgabe des Zuschauers ist es nun, den ganzen Ablauf sehr genau einmal zu verfolgen, denn sie wollen aus diesen drei Seilen drei gleich lange Seile machen, was Ihnen offensichtlich auch gelingt, denn jetzt haben Sie eins, zwei, drei gleich lange Seile. Aber es geht noch weiter, denn wie wäre es, wenn Sie aus drei gleichen Seilen ein langes Seil machen würden. Aber auch das ist für Sie kein Problem. SOS, der Seiltrick ohne Seile.